Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Kanal Update. Bevor ich euch sage, worum es in diesem Update geht, möchte ich euch daran erinnern, diesen Kanal zu abonnieren. Also bitte klickt auf den Abonnieren-Button, klickt auf die Glocke, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Und jetzt geht es weiter mit dem Kanal Update. Ich habe mir überlegt, dass ich ab jetzt Videos produziere, wo ich mit euch mehr interagiere, wo ich mehr erzähle, wo ich mehr über verschiedene Dinge etwas sage. Und ich hoffe, ihr mögt dieses Format, also diese Videos. Und ich werde sie halt eben dann unterschiedlich hochladen. Sie werden dann immer mal wieder hochgeladen, denn ich möchte diese Videos zwischen den anderen einfügen. Denn der Kanal soll so bleiben, eigentlich wie er ist. Aber es kommt jetzt halt ein neues Format hinzu. Und ich hoffe, ihr mögt das. Das war es auch schon. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Ciao, ciao.